Hi, mein Name ist Petra und vielleicht kennst du das Gefühl, du befindest dich im Hamsterrad, gefangen in unzähligen Terminen zwischen Arbeit und Familie. Dein Perfektionismus treibt dich in den Stress und du bist ausgelaugt, energielos und es ist keine Besserung in Sicht. Du fängst an zu suchen nach einem Gefühl der Leichtigkeit, des Wohlbefindens und der Balance und vielleicht sogar nach dir selbst. Ich bin Ernährungscoach und psychologische Beraterin und mit meinem Angebot Projekt Wohlfühlen habe ich für dich ein Programm entwickelt, das dich genau aus dieser Situation heraus begleitet. Aber komm doch einfach kurz mit, ich erkläre es dir genauer. Ich habe ein Programm entwickelt, das dich an die Hand nimmt, dir Verständnis und Mut entgegenbringt. Ein Programm, das dir Expertenwissen vermittelt und die richtigen Tools zu deiner Selbstentwicklung bereitstellt. Projekt Wohlfühlen ist eine Reise zurück in dein gesundes und vitales Leben mit dem Ziehen, dich in deine volle Handlungsfähigkeit zu bringen, damit du einen gesunden Lebensstil etablieren kannst. Zusammen mit mir gehst du durch die fünf Meilensteine der ganzheitlichen Gesundheit. Ernährung, Bewegung, Mindset, Entspannung und Schlaf Durch meine eigenen Erfahrungen weiß ich, dass der Mensch als Ganzes betrachtet werden muss. Körpergeist und Seele in Einklang zu bringen, ist deshalb mein ganz persönliches Leitbild. Mit Projekt Wohlfühlen und meiner Leidenschaft, dich in eine bessere Version deiner Selbst zu begleiten, frage ich dich, möchtest du dein ganz persönliches Projekt Wohlfühlen mit mir starten? Dann schau jetzt auf www.petrahagelcoaching.de oder auf Instagram Projekt Wohlfühlen. Ich freue mich auf dich. Ciao! 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 Ciao!